jo Leute, was geht ihr da? Herzlich willkommen zu unserem Video von meinem Kanal. Heute will ich euch zeigen, wie ihr ein Baumhaus baut. Also so ein Baumhaus im Dschungel. Es sieht echt cool aus. Also dieser Baum neigt sich echt gut dafür, ein cooles Baumhaus zu bauen. Let's go! So, für euer Baumhaus benötigt ihr erstmal Tropenholzbretter. Also die nehmt ihr dann bitte aber auch, weil, ja, ihr nehmt erstmal Tropenholzbretter. Dann macht ihr die hier so drum. Also ihr macht die einfach hier so rum. So, macht ihr die dann so rum. Zack. Aber hier ist der Baum schon der Nerv. Und so macht ihr die dann drum. So, warte mal Leute, wir müssen es nochmal richtig frei machen. So, jetzt ist es frei. Und so sollte das jetzt auch erstmal aussehen bei euch. So, dann könnt ihr die Stamm in der Mitte ein bisschen wegmachen. Also ich würde ihn wegmachen. Aber Leute, ich würde ihn einfach nur noch stehen lassen. Und dann denkt man nicht mehr, dass du ihn auch ruhig darin gebaut hast. Das würde ich noch stehen lassen, Leute. Ich hole mir nochmal diese Stämme. Wartet mal, Leute. Ich muss mir nochmal die Stämme davon holen. Hier sind die Tropenbaumstämme. So, jetzt mache ich die einfach nochmal da rauf, weil dann sieht es natürlich halt besser aus. So. Und jetzt macht ihr da einfach so euer, jetzt umründet ihr das einmal mit Holz, also mit Eichenholzbrettern. So. Und Leute, ihr müsst, die Hauptsache ist ja nur, dass ihr reinkommt. Dass es von außen halt so aussieht, als ob ihr das da auch oben gebaut habt. Zack. So. Jetzt kommt man auch noch oben perfekt rein und so. Heißt, so macht ihr das jetzt. Das sieht erstmal wie so ein Kasten aus. Aber, Leute, es kommen dann aber noch Fenster rein. Ja. Und ja, Leute, es kommen noch Fenster dann rein. In das Baumhaus, wie gesagt, nachher. So. So schaut das Ganze jetzt erstmal aus. Oh, da habe ich noch was vergessen. Leute, da habe ich noch ganz kurz was vergessen. So. So. So solltet ihr das jetzt bei euch ausschauen. So. Ich schaue das jetzt bei euch aus. So. Damit ich ein bisschen mehr Platz habe, mache ich das nochmal einen nach vorne. Und macht die zu komisch aus. Jetzt macht ihr noch einen nach vorne. Am besten, ihr nehmt wirklich eine Tropenholzbaumtür. Nehmt ihr am besten. Zack. Und, Leute, zack. Jetzt macht ihr hier vorne noch so einen kleinen Balkon. Ich mache es jetzt in dem Fall. So. Jetzt nehmt ihr euch Tropenholzbaumzaun. Macht den einmal da so rum. Leute. Einmal da so rummachen. So nehme ich. Zack. Wo schaut das dann bei euch aus? Wartet mal, Leute. Leute, wartet mal. Jetzt nehmt ihr euch ganz kurz Glas. Da. Ihr könnt auch Glasscheiben nehmen. Also, ich würde jetzt Glasscheiben lieber nehmen. Das gefällt mir ein bisschen besser. Ich würde weiße nehmen. Nehmt mal weiße, Leute. Das passt immer gut. Wartet mal ganz kurz. Ich habe mich ganz kurz ein bisschen verbaut. So, Leute. Ich mache hier einfach so Glas halt so hin. Jetzt habe ich mich hier ein bisschen verbaut. So. Einfach so Glas hin, Leute. So. Das macht ihr auf der anderen Seite auch nochmal, bitte. Hier auf der anderen Seite nochmal. Ich werde es auch noch einrichten. Für euch. Das ist ja mal das Schönste am Baum. Jetzt habe ich die Tür aus Versehen kaputt gemacht. Wartet mal, wie mache ich da wieder hin? So. Dann macht ihr das hier oben, wie gesagt, alles so zu. Das ist gerade ein bisschen schwer, das hier raufzubringen, genau auf der Linie. Wartet mal, Leute. Echt ein bisschen schwer. So, Leute. Wo holt ihr das jetzt bei euch aus? So, denn seid ihr eigentlich auch schon fertig. Jetzt könnt ihr noch unten draufbauen. Also unten macht ihr jetzt auch einfach eine Leiter hin, damit ihr auch reinkommt, weil das ist ja so ein Quatsch, wenn ihr da nicht reinkommt. So, jetzt macht ihr euch hier einfach eine Leiter hoch. Ich werde jetzt aber nicht bis ganz unten machen, weil das Quatsch ist, ne? Ich kann es ja noch bis nach unten bauen, dass ich nicht wieder will. So, ihr könnt auch ein bisschen größer bauen. Und jetzt holt ihr euch mal das Loot, was ihr da einrichten wollt. Halt. Ja. So. Jetzt holt ihr euch noch das Loot. Was ihr halt einrichten wollt. Ich mach das Kletterdach jetzt hier mal ganz kurz ein bisschen weg. Nein, ich komm hier nicht rein. So, jetzt komm ich rein. Jetzt geh ich hier einfach rein. Und ich hab jetzt hier halt nicht so viel Platz, was einzurichten. Ich mach jetzt einfach nur ein Bett hin. Leute, ich mach jetzt einfach nur ein rotes Bett da jetzt hin. Weil ich jetzt nicht so viel Zeit hab. So. Und ja. So, Leute. Jetzt könnt ihr hier noch was machen. Wenn ihr jetzt denkt, ihr wollt mal eine Werbung zu machen. Wieso? Könnt ihr ja alles wirklich machen. Eigentlich egal. So, Leute. Jetzt geh ich wieder raus. Und ich zeige euch das nochmal von außen. So, falls ihr das Video überhört habt, könnt ihr natürlich gerne mal ein Like da lassen. Und ich würde sagen, haut rein, schau mit V.